bonjourno ja an dieser stelle hallo meine lieben film fans und fucking freaks ja herzlich willkommen mal endlich wieder zum videothekenformat von uns ja ich denke ihr ich brauche das gar nicht großartig zu erklären wie das bei uns abläuft ich denke das habt ihr bei mir und bei den anderen fucking freaks kollegen auch schon gesehen wie das abläuft und ja wenn ihr euch fragt was hat der movie picker denn da an ja ist der jetzt geht der schiebt irgendwie die seriöse schiene nein ich komme gerade von meinem meiner callboy arbeit zurück so das war's egal ja ich habe jetzt an beiden seiten obwohl so geht die adresse wollte ich ab abhalten ja hier ist der film drin vom lieben benny ja von unserem wilden hemmungslosen filmhengst und ich bin mal wirklich gespannt ja das ist ja auch teil des formates dass man immer ein bisschen ein klein überraschungseffekt hat und ja an dieser stelle kann ich schon sagen dass das es läuft sehr sehr unregelmäßig bei uns ja muss ich natürlich ganz ehrlich zugeben und ja das wird auch an dieser stelle kann ich das verraten so jetzt bin ich schon wieder an der stelle das wird in zukunft anders laufen bei uns und zwar natürlich wie vorher auch das wird das ganze jahr über jetzt laufen und es wird aber auf freiwilliger basis ablaufen und zwar wenn einer gerade bock hat ja der kann sich irgendeinen partner schnappen und sagen hey mit dir will ich das videotheken format machen ja und dann wird das einfach abgedreht ja die regeln bleiben die gleichen alles gar kein ding halt nur ohne ja wie soll ich sagen zugzwang ja sonst haben wir uns immer zusammengetan mit acht neun zehn mann und ja es lief halt immer sehr sehr schleppend der eine hat keine zeit den film zu gucken der andere hat noch nicht weggeschickt und 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 das ist halt immer in der gruppe sehr sehr schwierig und sehr sehr anstrengend dass dann halt auch leute darunter leiden müssen die ja halt schon quasi in den startlöchern sind schon alles abgedreht haben möchten das gerne hochladen aber können nicht weil die anderen noch am rumschlampen sind ja also von daher haben wir uns darauf geeinigt dass wir das in zukunft auf freiwilliger basis machen es gibt da kein festes datum oder wie sagt man abstände wann das genau kommen soll sondern einfach nur wer bock hat ja soll sich jemand schnappen und ja ich kann jetzt genauso gut sagen nächste woche hör mal zu ihr filmangler ich habe mir da was besorgt einen richtig geilen film oder einen richtig beschissenen film den musst du dir angucken und ja bla 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 so egal ich würde sagen ich mache das jetzt einfach mal auf und ihr schaut euch den an ich gucke mal weg muss ich lachen muss ich weinen wie sieht es aus ach sehr cool den kenne ich sogar la casa muda ist das jetzt doof wenn ich da jetzt ich kenne den schon das heile taus la casa muda ja das ist das original quasi und zwar ähm gibt es noch ein äh remake ja mit irgendeinen von den olsen zwillingen heißt auch silent house oder the silent house aber das hier ist das ich glaube spanische original wurde in einem take abgedreht ähm ich weiß wie heißt das one one camp shot keine ahnung ähm und aber man ich kann mich noch erinnern dass einmal so die kamera von dem einen raum in den anderen raum geglitten ist und dazwischen war halt so eine wand und dann war ganz kurz für eine nanosekunde war der bildschirm dunkel und da nehme ich mal an weil ist bestimmt auch mal ein schnitt gewesen ähm ja gut ich kenne den jetzt schon werde ich mir trotzdem noch mal reinziehen äh noch mal so ein bisschen zur zur auffrischung aber ich kann euch sagen äh silent house ist ein kleiner geheimtipp wenn ihr so wollt ja äh sehr kommt sehr sehr gut rüber ja die die spanier haben es ein bisschen drauf muss ich sagen und äh sehr sehr düster sehr beklemmend sehr atmosphärisch und äh ja auch ein bisschen gruselig ja ich hab zum beispiel an da an das äh ende habe ich gar keine erinnerung mehr das ist schon mal gut 2011 kam der raus ja hammergeil freue ich mich super dann gucken wir uns an äh la casa muda ja also bis später die junge laura will mit ihrem vater ein haus auf dem land renovieren damit es der besitzer verkaufen kann bevor es aber mit der arbeit losgeht müssen beide zunächst die nacht verbringen im scheinbar verlassenen anwesen dort aber beschleicht laura von anfang an ein diffuses unwohlsein auch nimmt sie im gegensatz zum vater beunruhigende signale wahr als der vater auf wunsch der tochter mal einen blick in den obersten stock wirft kehrt er nicht mehr von dort zurück nun ist laura der panik nah und vollkommen auf sich alleine gestellt so herzlich willkommen zurück und in etwas anderer atmosphäre sage ich jetzt mal ja entschuldigt bitte wenn ich hier nicht so ganz gut ausgeleuchtet bin ist halt einfach mal so ja so ich mache es auch kurz und knapp ich habe euch ja schon den trailer gezeigt und eine kurze inhaltsangabe zu dem film silent house den ich von unserem super geilen filmhengst bekommen habe und ja ich muss sagen er hat mir auf jeden fall gut gefallen nur ich habe mit dem ende ein bisschen gehapert das hatte ich nicht mehr so in erinnerung es ist ein bisschen wie soll ich sagen die handlung war ein bisschen blöd von der protagonistin wie soll ich das sagen ohne zu spoilern wenn man einer gefahr entrinnt dort wieder zurückzukehren ist irgendwie nicht so gut dann kam noch was anderes um noch irgendwie was draufzusetzen quasi hatte ich irgendwie wie gesagt nicht mehr so krass in erinnerung da muss ich leider auf jeden fall definitiv einen punkt abziehen und ja dieser dieser ganzen wie es so in sich verworren war wie gesagt da noch was on top und das hat mir irgendwie das hat den film so ein bisschen kaputt gemacht sage ich jetzt mal vorsichtig aber um das abzuschließen atmosphäre absolute hammer wie gesagt es kam auf jeden fall ein gruseliges gefühl rüber dass halt alles so in einem take in einem take gedreht worden ist war auf jeden fall für damalige verhältnisse was neues und ja so gesehen hat er mir gut gefallen wie gesagt nur das ende und wo halt noch so ein bisschen was draufgepackt ist ich sag mal eine gute eine gute drei von fünf laternen gebe ich mal und ja von dem film gibt es auch ein remake mit irgend so einer olden tante auf jeden fall irgendeiner von den zwillingen keine ahnung wer das kenne ich noch nicht weiß ich nicht ob das genauso gut ist oder schlechter keine ahnung aber ich denke das werde ich mir auch mal irgendwo besorgen und ja wie gesagt ich war auf jeden fall positiv überrascht dass ich diesmal was normales in der videothek drin hatte ja an dieser stelle ja sage ich einfach mal tschüss bevor das video noch länger wird vielen dank mein lieber filmhengst und ja wenn euch der film zusagt oder ihr kanntet den noch nicht reingucken lohnt sich auf jeden fall ja also wenn ihr euch ein bisschen gruseln gruseln wollt dann seid ihr da auf jeden fall an der richtigen stelle also macht's gut euer morgens morgens tschüss Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.